sculpt trader goes day trader eine große veränderung eine neue kooperation lasst euch überraschen hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video wie ihr es im hintergrund gerade sehen könnt seht ihr meinen neuen youtube kanal den daytrader channel worum wird es bei dem daytrader channel gehen ich werde in zukunft sculpt trading und normales daytrading splitten wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt der ein oder andere auf patreon wird es auch aktien trading in zukunft geben intraday swing trading also langfristigeres trading dass wir mal eine halbe stunde stunde vielleicht auch mal noch länger in trades drin bleiben werden das ganze wird im cfd future und in aktien gehandelt und damit das ganze getrennt ist von meinem sculpt trader kanal habe ich ein extra channel gemacht dass man das sculpt trading für sich hat und das langfristigere trading auch für sich hat damit einfach die übersicht nicht verloren geht wird das ab jetzt voneinander getrennt das heißt wenn ihr langfristig traden wollt uns kalten wollt abonniert am besten meinen zweiten kanal dort werdet ihr aktien trading langfristiges trading werdet ihr alles erfahren wir werden cfd futures aktien traden wir werden auch mal options trades machen das wird alles dabei sein ich werde diesen kanal nicht alleine bestreiten ich habe ein paar kollegen die seit über 20 jahren optionen train die werden dann videos zu options handeln machen ich habe sehr gute aktien trader dabei die reines news trading bei deutschen aktien machen die werden euch videos posten das heißt ihr werdet so 56 verschiedene leute auf diesem video auf diesem kanal erleben die euch ihr geballtes wissen kostenlos gratis zur verfügung stellen sowie auf meinem youtube kanal wo wo ihr alles auch kostenlos lernen könnt genauso wird es da aus wenn wir von a bis z alles erklären zu allen verschiedenen themen wir werden auch krypto bahn und wir werden euch zeigen wie man auch krypto traden kann das einzige was wir nicht machen sind nfds weil naja sind halt nfds wollen wir nicht machen also nur vernünftige sachen die man vernünftig traden kann zu krypto wird es auch ganz interessant wie wir das ganze machen damit es nicht so hoch risikoreich ist das heißt alles was mit langfristigen trading zu tun hat egal was es gibt ob aktien futures cfds option ihr werdet das alles lernen ihr werdet alles von grund auf beigebracht bekommen und es wird viele verschiedene trader geben die euch gewissen teilen das sind alles trader die nicht auf youtube bekannt sind die aus meinem freundes bekanntenkreis kommen die einfach lust haben ein bisschen youtube aufzukrempeln so wie ich das mit dem skype trader kanal gemacht wird das jetzt auch mit dem day trader kanal gemacht werden wenn ihr irgendwelche fragen dazu habt schreibt es gerne in die kommentare abonniert den day trader kanal den link zum kanal findet ihr unter diesem video ich freue mich auf die euch auf den kanal auch tolle videos zu produzieren ansonsten macht's gut habt einen schönen rest trading tag und wir sehen uns heute abend in patreon zum nächsten live trading macht's gut euer skype trader